pferde auf der frühjahrskoppel 28 april 2024 auf der höhe links in eschwege da hinten ist der leuchtwerk und der bismarck tor und 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Pferde auf der Frühjahrsweide Unterhalb des Bismarcksturm auf dem großen Leuchtwerk in Eschwege Untertitelung des ZDF, 2020